Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der größten Fußballmannschaft der Welt. Heute sind wir wieder dabei mit einem Herren-Video. Das heißt, wir machen unsere Übung und gleichzeitig haben wir verschiedene Aufgaben, die wir machen müssen. Erste Übung, Treppen steigen, einfach normale Treppen steigen. Okay, jetzt sind wir in der zweiten Übung. In der zweiten Übung muss ich immer, wenn ich meinen Ball mit meinem rechten Fuß berühre, dann muss ich immer mein linkes Ohr immer mit meiner rechten Hand berühren. Und wenn ich den Ball mit meinem linken Fuß berühre, dann muss ich immer mein rechter Ohr immer mit meiner linken Hand berühren. Und es sieht so aus. Und die dritte Übung sieht so aus. Wenn wir den Ball mit meinem rechten Fuß berühren, dann kommt meine linke Hand auf meine rechte Oberschenkel. Und wenn ich den Ball mit meinem linken Fuß berühre, dann kommt meine rechte Hand auf meine linke Oberschenkel. Okay, und dann sieht es so aus. Okay, super. Jetzt kommen wir zur vierten Übung. Es ist ein bisschen schon schwerer. Für mich wird auch nicht ganz gut klappen, aber ich mache es für euch vor. Normale Treppen steigen und dann denis Ball hoch und dann wieder fahren. Danach steigern wir das Ganze einmal abklatschen. Einmal abklatschen. Wenn wir das immer schaffen, dann kommt danach zweimal abklatschen. Wenn wir das auch nochmal schaffen, dann kommt danach dreimal abklatschen. Und wir gucken mit euren Videos, wie viel Abklatschen schafft ihr mit Treppen steigen gleichzeitig. Super, wir freuen uns auf eure Videos. Und bis morgen.